Hallo an alle VR-Freunde da draußen, hier meldet sich Hagen Geritz von Gamers Global mit dem Praxistest zur Meta Quest 3, das neue VR-Headset vom Facebook-Mutterschiff Meta. Das ist deutlich kleiner als der Vorgänger, bietet einen deutlich schnelleren Speedragon XR2 Prozessor und bietet als großes neues Feature Mixed Reality. Fangen wir bei den Spezifikationen an. Für ein kabelloses All-in-One-Headset ist die Auflösung sehr gut. 2064 x 2208 Pixel pro Auge. Bei der Quest 3 werden zudem 110 Grad Blickwinkel und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate versprochen, wobei es auf Titel ankommt, die auch diese Herzfrequenz unterstützen. Die Einrichtung des Spielbereichs ist super komfortabel. Die Quest 3 scannt den Raum und schlägt einen Spielbereich vor. Den kann ich außerdem wie bei der PSVR 2 vergrößern oder verkleinern. Faszinierend war auch durchaus das Tracking meiner Hände. Fenster greifen und schieben lässt an die Minority Report Verfilmung denken. Es hat einfach was auf virtuelle Menükachel mit dem Finger zu tippen und es funktioniert. Auch wenn die Erkennung teils zu grob ist, als dass ich damit jetzt schon Mails auf der digitalen Tastatur tippen würde. Wie bewährt sich nun das hochauflösende Display beim Spielen? Ich stürzte mich als erstes freudig in die Quest-exklusive VR-Version des klassischen Resident Evil 4. Da der obligatorische Hinweis, die gezeigten Szenen habe ich mit der Aufnahmefunktion der Quest 3 aufgezeichnet und diese Aufzeichnung ist dann eben doch anders als der Eindruck vom Bild mit dem Headset auf der Nase. So oder so nutzt die uralt Grafik von Resident Evil 4 nun nicht gerade die Power der neuen Hardware. Aber die Grafik stört mich nicht bei diesem von mir sehr geliebten Klassiker. Umso besser zeigte sich, ob auf das Inside-Out-Tracking Verlass ist, wenn ich Hals über Kopf vor Ganados im Dorf fliehe und das spielte sich tadellos. Die Lautsprecher an der Brille können ordentlich laut gedreht werden und haben einen ordentlichen Klang, der auch räumliche Ortung von Geräuschen ermöglicht. Sagen wir mal Kettensägen, so als ganz willkürliches Beispiel. Ihr könnt aber auch alternativ per Klinkenanschluss eigene Kopfhörer nutzen. Die neue Version der Controller verzichtet auf den Heiligenschein, den noch viele andere Controller besitzen. Das vermeidet Situationen, in denen man ungewollt mit den Controllern zusammenstößt, wenn man die Hände zusammenführt. Auch wenn ich die Controller hinterm Rücken halte, werden sie weiter getrackt. Nur eben nicht sehr genau. Das ist aber kein wirklich relevantes Nutzungsszenario. Übrigens haben die Controller keinen verbauten Akku, sondern nutzen je eine AA-Batterie. Die beiliegenden sind Einweg-Batterien. Um die Darstellungsqualität abzuklopfen, eigneten sich besser Spiele wie Red Matter 2, die ein kostenloses Grafik-Update bekommen haben. Details an Oberflächen oder am Anzug sind sehr klar und ich kann mich nicht über die verbauten Pancake-Linsen beschweren. Weiße Schlieren um Texte vor dunklem Hintergrund sind sehr unmerklich. Keine Spiegelungen rissen mich aus dem Geschehen und auch der Mura-Effekt war sehr unmerklich. Also das Gefühl, als hätte man ein hauchdünnes Stofftuch vor dem Gesicht. Ich musste schon bewusst auf weiße Wände starren, um diesen Effekt zu bemerken. In dieser Hinsicht wirkt die Quest 3 auf mich mindestens ebenso gut wie die PSVR 2. Etwas dunkler wurde es im ebenfalls mit einem Grafik-Update versehenen Dungeon-Crawler Dungeons of Eternity. So ein richtig sattes, tiefes, dunkles Schwarz, das bietet der LCD-Bildschirm der Quest 3 nicht. Das geht dann doch eher so ins dunkle Graue. Aber was gegeben ist, die Schwarzwerte die vermatschen nicht zu sehr. Also auch in dunklen Gängen oder wenn ich im halbdunkel in Regale reinschaue, kann ich erkennen, was sich da vor mir abspielt. Es ist schön zu sehen, dass auf der Quest 3 nun grafisch einiges mehr möglich ist. Denn wenn man sich VR-Spiele betrachtet, die es auch für PC VR gab und dann die Version für All-in-One-Brillen, dann war die Grafik nicht nur im Vergleich zu der besseren Version gruselig, sondern auch ganz für sich betrachtet. Umso mehr sticht dann so manche noch vorhandene schauderliche Textur hervor, etwa in dem Quest-exklusiven The Climb 2, das momentan noch kein solches Grafik-Update erhalten hat. Es bleibt abzuworten, ob auch andere Entwickler ebenfalls nur mit Grafik-Updates nachlegen. Zu wünschen wäre es etwa für After The Fall. Das ist ein spaßiger Shooter im Geiste von Left 4 Dead, nur in VR. Und aktuell ist die Quest-Version im Vergleich zur Steam VR oder PSVR 2-Fassung hässlich wie die Nacht. Es gibt auch Spiele, die das große neue Feature Mixed Reality nutzen. Ihr scannt da zunächst euren Raum, zeichnet bei Bedarf nicht gut erkannte Objekte ein. Das greift dann etwa das vorinstallierte First Encounters auf, sofern ihr denn in der Brille der Erlaubnis gebt, dass das Spiel auf die Daten zugreift. Diese ersten Umsetzungen machen neugierig, was in der Hinsicht noch möglich wird. Ich könnte mir vorstellen, dass für Leute, die mit Motion Sickness zu kämpfen haben, diese Anwendung gut sein könnten, um sich an die Brille zu gewöhnen. Schließlich sieht man den realen Raum, in dem man sich bewegt. Oder sitzt im Falle von Demeo an einem virtuellen Spieltisch. Ihr könnt übrigens nicht mehrere Raum-Layouts speichern, also dann einfach mal mit der Brille dort oder dort spielen, um die Umgebung zu verändern. Das müsst ihr dann jeweils wieder einrichten. Und ich sage mal ganz ehrlich und persönlich, eine gewisse skeptische Stimme regt sich dann doch in meinem Hinterkopf bei der Vorstellung, für Spiele mein Zimmer abzufilmen und das detaillierte Layout abzuspeichern. Dass es Mixed-Reality-Anwendungen in der Form auf der Quest 3 gibt, ist möglich durch das gelungene Pass-Through-Kamera-Bild in Farbe. Eine gut ausgeleuchtete Umgebung ist damit sehr klar. Ich kann Texte lesen, ohne Probleme in der Tiefenwahrnehmung durch das Büro gehen und mir am Fenster vorstellen, wie es wäre, mal wieder Gras zu berühren. Lässt das Licht allerdings nach, wird das Bild schnell verrauscht. Es gibt zwar keinen Fischaugeneffekt, aber Dinge sehr nah an der Kamera werden verzerrt dargestellt. Störender ist da aber schon, dass auch weiter entfernte Objekte verschwimmen können. Sehr deutlich werden Verzerrungen, wenn ich mich mit aktiviertem Pass-Through bewege. Und der Overkill ist es, beim Bewegen etwas auf dem Smartphone lesen zu wollen. Das ist wiederum ein Freiticket für Motion Sickness. Ihr könnt die MetaQuest 3 auch mit eurem PC koppeln, auch wenn die offizielle Seite so unübersichtlich ist, als wollte man den dafür nötigen Client verstecken. Habt ihr euch bei dem Client einmal mit eurem Meta-Konto eingeloggt, könnt ihr mit einem separat verkauften Kabel für rund 100 Euro spielen. Oder wurde das Headset einmal per USB-C-Kabel gekoppelt, könnt ihr auch über WLAN mit dem R-Link Feature streamen. So konnte ich Half-Life Alyx kabellos genießen, obwohl mir die Quest 3 nur 3 von 4 Balken bei der WLAN-Signalstärke anzeigte. Hier und da gab es dann mal einen kleinen Hänger und auch mal einen längeren beim Spielen, aber das Resultat ist sehr positiv. Wenn ich das mit der HTC Vive Streaming App vergleiche, da erwies sich mein jüngster Praxisversuch unter denselben Bedingungen vor ein paar Tagen als unspielbar. Kommen wir zum Abschluss noch zum Tragekomfort. Schön für Brillenträger wie mich, über Schalter an den Innenseiten könnt ihr den Abstand der Linsen zum Gesicht bequem vergrößern. Der Formfaktor der Brille ist so, dass ich endlich mal nicht über Lichteinfall von den Seiten klagen muss. Lediglich unten bei der Einbuchtung für die Nase gibt es kein Stofftuch oder dergleichen, das Lichteinfall minimieren würde. Doch den nahm ich höchstens peripher wahr. Mitten im Spielgeschehen ging das völlig unter. Das Headset kommt laut unserer Babywaage auf 510 Gramm. Ihr befestigt die Brille mit einem Klettbandstreifen oben auf dem Kopf. Der gabelt sich für die Verbindung zum Strap am Hinterkopf. Diese Verbindung sind gleichzeitig Klammern für den Strap. Ihr könnt somit leicht das Band straffer ziehen oder lockern. Ist das einmal ordentlich eingerichtet und ihr habt per Schalter unten den richtigen Blickabstand gesetzt, sitzt die Brille fest und auch wenn ich sie neu aufsetze, finde ich schnell wieder den Sweetspot, bei dem ich alles klar und deutlich erkenne. Die Verstellung des Straps ist dann kein Problem, wenn vor allem eine Person die Quest 3 nutzt. Wenn die ganze Familie was davon haben soll, ist die Neujustierung für die individuelle Kopfform zu mühsam im Vergleich zu dem komfortablen Drehmechanismus der PSVR 2. Andererseits kann der Ring der PSVR 2 eben auch Druck auf die Schläfen ausüben. Die Quest 3 drückte mir dagegen auf die Wangenknochen und das dürfte weniger Gefahr laufen, Kopfschmerzen auszulösen. Allerdings fühlte sich das Gewicht der Quest 3 auf dem Kopf für mich doch schwerer als erwartet an und der Druck auf den Wangenknochen, der war dann auf Dauer doch schon leicht unangenehm. Aber nicht so, dass ich nicht mit Spaß die rund zwei Stunden spielen konnte, die der Akku hält. Und damit komme ich zum Fazit. Die Meta Quest 3, die vereint viele positive Punkte. Grafisch ist das Gezeigte endlich nicht mehr von vorgestern. Für ein All-in-One-Gerät kann man hier echt schöne Sachen zu Gesicht bekommen. Die Einrichtung und Bedienung, auch mit den Controllern, das ist alles komfortabel wie sonst was. Und apropos Komfort, das ist schon eher so ein mittelguter Punkt. Also es ist komfortabel genug auf dem Kopf. Ich sehe mich nicht direkt genötigt, einen neuen Strap oder eine bessere Gesichtsmaske zu kaufen, auch wenn da Luft nach oben ist noch für das Tragegefühl. Beim Punkt Mixed Reality würde ich sagen, das steckt noch in den Kinderschuhen. Also für produktive Anwendungen, die Brille stundenlang auf dem Kopf haben und damit arbeiten, das sehe ich mich noch nicht tun. Was anderes sind Spiele, das macht viel Spaß, aber da fehlt halt gerade auch ein System Seller für den Bereich Mixed Reality. Aber auch mit dieser Kritik im Hinterkopf an dem großen neuen Feature Mixed Reality. 550 Euro sind für das gebotene echt ein starker Preis. Der gilt wiederum für die 128 Gigabyte Variante, aber aktuell bringen die VR-Spiele in dem VR-Store für die Brille noch selten mehr als 10 Gigabyte auf die Waage. Da kommt man also auch mit 128 und ein Teil davon ist ja wieder fürs System reserviert. Da kommt man trotzdem eine Weile gut zurecht. Da sehe ich noch nicht die Notwendigkeit, 700 Euro für die 512 Gigabyte Variante zu lohnen. Besitzer von der Quest 2 können durchaus über ein Upgrade nachdenken, aber da würde ich auch sagen, vielleicht noch ein bisschen abwarten, ob auch dann Anwendungen und Spiele dazukommen, die auch mehr machen aus der Leistung der Meta Quest 3. So sehr ich die PS4 R2 schätze und ich finde, das ist ein echt schönes Stück Technik. Die ist zum einen natürlich Kabel gebunden, aber ich sehe auch die Controller vorne mit dem Rumble und den Triggern, aber der große Punkt neben dem Kabel ist halt, ich kann das nur an der PS5 benutzen. Da ist die Quest 3 eine ganz andere Welt. Ich kann das mit dem PC verbinden, ich kann das mit meiner Steam VR Bibliothek verbinden, wenn ich will. Wenn ich schon eine Quest hatte vorher, dann kann ich ja die ganzen Spiele aus dem Store, die ich schon gekauft habe, weiter mit der Brille benutzen. Das Angebot ist auch sehr groß dort im Store, inklusive auch einiger Exklusivtitel wie Lone Echo oder das bald erscheinende Assassin's Creed Nexus VR. Wobei ich persönlich sagen muss, das letzte, was eigentlich der VR-Spielemarkt noch braucht, sind Titel, die es nur exklusiv in gewissen Stores zu haben gibt. Aber mal ganz abgesehen davon unterm Strich kann ich sagen, wenn ihr noch keine VR-Brille habt und mal in diese Sphären eintauchen wollt oder wenn ihr länger kein Upgrade gemacht habt, dann ist das hier das Ding. Das ist ein echt attraktives Angebot. Und auch wenn jetzt kein Facebook-Konto mehr nötig ist, sondern halt ein Meta-Konto. Das ist halt der Punkt. Da muss man wissen, möchte ich mich für dieses schöne Stück Hardware in den Meta-Ökosystem-Kosmos begeben. Aber das ist ein anderer Punkt, das muss jeder für sich entscheiden. An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Wenn euch der Test gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da und bis zum nächsten Mal.